Guten Tag, ich bin Polizeihauptkommissar Uwe Müller. Hier ausgewählte Presseinformationen der Polizeiinspektion Eisenach aus der Zeit vom 24. Mai 2011 bis 31. Mai 2011. Öffentlichkeitsfahndung, Zeugenaufruf. Da die bisherigen Ermittlungen nicht zum Erfolg führten, ruft die Polizei Eisenach alle Bürger zur Mithilfe auf. Am 10. November 2010, in der Zeit zwischen 16.30 Uhr und 16.50 Uhr, kam es in der Karlstraße in Eisenach zum Diebstahl eines hochwertigen Fahrrades. Das entwendete Fahrrad wurde am 13. November 2011 durch eine unbekannte männliche Person in ein Eisenacher Fahrradgeschäft gebracht, um Reparaturarbeiten durchführen zu lassen. Nachdem die Person durch das Personal dieses Geschäftes mit dem Umstand konfrontiert wurde, dass das Fahrrad gestohlen ist, verließ die Person fluchtartig das Geschäft und ließ das Fahrrad zurück. Die Bevölkerung wird ersucht, Hinweise zur Identität der abgebildeten Person zu geben. Durch die Person wurde eine auffällige Jacke getragen. Die Polizei fragt nun, wer kennt diese Person? Pkw angefahren, dann abgehauen. Zu einer Unfallflucht kam es am 23. Mai 2011, in der Zeit zwischen 15. und 16.30 Uhr, auf dem Parkplatz Frauenplan in Eisenach. Eine Besucherin aus dem Lahn-Dillkreis hatte ihren BMW auf dem eben genannten Parkplatz abgestellt. Als sie ihn wieder nutzen wollte, musste sie feststellen, dass ein unbekanntes Fahrzeug die hintere linke Seite der Stoßstange beschädigt hatte. Der Unfallverursacher verließ die Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalles und fragt, wer hat den Unfall auf dem Parkplatz Frauenplan in der genannten Zeit beobachtet. Pkw-Dach zerkratzt. Eine 29-jährige Barchfelderin stellte ihren VW Polo am 23. Mai 2011 zwischen 6.45 Uhr und 16.20 Uhr in der Goethe-Straße in Eisenach ab. Als sie ihr Fahrzeug wieder nutzen wollte, stellte sie fest, dass ein selbstgebastelter Motorrad-Integralhelm auf dem Dach ihres Pkw lag. Der Helm ist grau und mit schwarzem Edding beschriftet. Das Dach war mit Kratzern versehen. Hinweise zum Besitzer des Helmes konnten noch nicht erbracht werden. Daher sucht die Polizei Zeugen und fragt, wer hat am 23. Mai 2011 in der genannten Zeit eine Person gesehen, die ihren Motorradhelm auf einen in der Goethe-Straße vor dem Irish-Pub geparkten schwarzen Polo VW abgelegt hat. Polizisten als Schlangenbändiger. Unser nächster Fall zeigt die Vielseitigkeit des Polizeiberufes. Am 24. Mai gegen 14.15 Uhr teilte eine Büroangestellte aus einer in Huta-Vanroda am Schunkenhofe ansässiger Firma hiesiger Polizeidienststelle in Eisenach mit, dass sie in ihrem Büro eine große Schlange festgestellt habe. Die am Einsatz befindlichen Beamten konnten die dunkelgrüne Schlange mit gelben Dreiecken am Kopf, die war ca. 80 cm lang, einfangen. Nach Rücksprache mit einem Schlangenexperten aus Barchfeld wurde bekannt, dass es sich hierbei um eine einheimische Ringelnatterart handeln soll. Das Tier wurde so dann ins Freie entlassen. Mofa-Fahrer mit 3,22 Promille unterwegs. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle erfolgte am 24. Mai 2011 gegen 19.25 Uhr in der Katharinenstraße in Eisenach die Anhaltung eines Mofas, so dann die Kontrolle des Fahrers. Bei dem 54-jährigen Fahrer stellten die Beamten erheblichen Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Der daraufhin durchgeführte Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 3,22 Promille. Dem Fahrer wurde selbstverständlich die Weiterfahrt untersagt sowie eine Blutentnahme durchgeführt. Das Fahrzeug darf bis 25 kmh gefahren werden, sodass hierfür der Führerschein entbehrlich ist. Grüner Pkw flüchtete nach Unfall. Am 25. Mai gegen 15 Uhr fuhr eine 45-jährige Suzuki-Fahrerin von Neukirchen in Richtung Berger vor dem Hainich. Kurz hinter Berterode kam ihr ein Bus entgegen. Hinter diesem fuhr versetzt zur Fahrbahnmitte ein grün-metallikfarbener Pkw. Beim Vorbeifahren touchierten sich die beiden Fahrzeuge, wobei der Außenspiegel des unbekannten Pkw zerbrach. Daraufhin flogen Spiegelscherben durch das geöffnete Fenster der Suzuki-Fahrerin. Bilanz des Unfalls sind zwei kleine Kratzer im Gesicht der Frau und ein Sachschaden von etwa 150 Euro. Alkohol und Drogen. Bei einer Verkehrskontrolle wurde am 26. Mai 2011 gegen 2.15 Uhr ein 31-jähriger Eisenacher mit seinem Pkw-Bugeot angehalten. Während der Kontrolle bemerkten die Polizisten auffällige Ausfallerscheinungen bei dem jungen Mann. Es wurden ein Alkohol- sowie ein Drogentest an Ort und Stelle durchgeführt. Beide verliefen positiv. Der Alkoholtest zeigte 1,0 Promille und der Drogentest Cannabis an. Bei anschließender Durchsuchung des Pkw kamen noch Drogen und Enzylien und Haschisch zum Vorschein. Gegen den 31-Jährigen wurden Anzeigen gefertigt, Blutentnahmen durchgeführt sowie der Führerschein sichergestellt. Erst Spiegel abgefahren, dann abgehauen. Eine Deju-Fahrerin befuhren mit ihrem Pkw am 26. Mai gegen 12.55 Uhr in Eisenach die Friedhofstraße von der Mühlhäuserstraße kommen in Richtung Wartenberg. Ihr kam ein Renault Laguna entgegen. In Höhe des Eingangs zum Friedhof kamen mehrere Personen heraus und wollten die Straße überqueren. Der Fahrer des Renault Laguna zog daraufhin sein Fahrzeug nach links. Die Deju-Fahrerin zog daraufhin ihren Pkw nach rechts, um einen Unfall zu vermeiden. Der Laguna-Fahrer blieb aber links und es kam zur seitlichen Berührung beider Fahrzeuge. Dabei wurde der Außenspiegel des Deju zerstört. Die Fahrerin des Deju hielt an. Der Laguna-Fahrer fuhr weiter, musste aber an der Ampelkreuzung anhalten. Die Deju-Fahrerin rannte zu dem Fahrer des Laguna, machte ihn auf den Unfall aufmerksam. Dieser gab nur an, nichts bemerkt zu haben und fuhr davon, ohne sich um den eingetretenen Schaden zu kümmern. Die Polizei sucht jetzt Zeugen des Unfallhergangs und fragt, wer hat diesen Unfall gesehen? Wer kann das Fahrzeug bzw. den Fahrer sowie das Kennzeichen des Renault Laguna beschreiben? 10 verletzte Personen infolge einer Vorfahrtsmissachtung. Am 28. Mai ereignete sich gegen 23.15 Uhr ein Verkehrsunfall in Eisenach, in dessen Folge 9 Personen leicht und eine Person schwer verletzt wurden. Der Verkehrsunfall ereignete sich an der Kreuzung Rennbahn zur Kassler Straße. Hier befuhr eine 25 Jahre alte Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw Renault die Rennbahn aus Richtung Siebenborn kommt in Richtung Kassler Straße. An der genannten Kreuzung beachtete sie nicht die bestehende Vorfahrtsregelung und überquerte den Kreuzungsbereich. Mittig des Kreuzungsbereiches kam es dann zur Kollision mit einem 47 Jahre alten Fahrzeugführer eines Pkw Obel, welcher die Kassler Straße in Richtung Westplatz befuhr. Der heftige Zusammenstoß im Bereich der Beifahrerseite des Pkw Renault und die Tatsache, dass es sich bei dem Pkw Opel um ein Fahrzeug der Fahrgastbeförderung, sprich also ein Taxi, handelte, führte zu der hohen Anzahl der Verletzten. Der Sicherungsstatus der Verkehrsteilnehmer ist bis dato noch nicht ganz ausgeklärt und kann als Ursache für die vielen Verletzten nicht ausgeschlossen werden. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden, welcher auf ca. 20.000 Euro geschätzt wurde. Die Unfallverursacherin selbst wurde schwer verletzt und kam zur stationären Behandlung in der St. Geoklinikum nach Eisenach. Aufgrund der erheblichen Straßenverunreinigung kam sogar die Berufsfeuerwehr Eisenach zum Einsatz. Ermittlungen nach Hundebiss. Eine Touristengruppe wurde am Abend des 27. Mai 2011 im Innenstadtbereich Eisenach Opfer von Verbalattacken einer männlichen Person. Diese männliche Person hatte die Gruppe vom Markt aus bis zur Schalattenstraße mit seinen Hunden verfolgt und verbal auf das Äußerste beschimpft. Noch vor Eintreffen der Polizei kam es dann in der Schalottenstraße zum Eklat. Von einer der beiden Hunde bis einen 74 Jahre alten Mann in das rechte Bein. Der polizeibekannte Täter, der die Hunde unangelein führte, konnte in Tatortnähe noch gestellt werden. Der Atemalkoholwert der Person lag zu diesem Zeitpunkt bei kaum bemerkenswerten 2,15 Promille. Zu klären gilt es jetzt, ob der Hund durch die Unachtsamkeit des Täters gebissen hat oder aber durch diesen hierzu angeregt wurde. Die Hunde mit dem Namen Beate und Randale hatte der Täter übrigens in Pflege. Durch den Biss wurde das Opfer leicht verletzt und konnte nach ambulanter Behandlung im St. Geoklinikum Eisenach entlassen werden. Der Täter wurde einer Blutentnahme zugeführt. Ein Ermittlungsverfahren ist eingeleitet. Hinweise zu allen oben vorgestellten Fällen nimmt die Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691 2610 oder jeder andere Polizeidienststelle entgegen. Wir danken für Ihre Mitarbeit und wünschen Ihnen eine sorgenfreie Woche. Ihr Polizeihauptkommissar Uwe Müller